ein ziniastischen guten abend meine damen und herren und herzlich willkommen zu tag nummero sechs von meinem kleinen halloween special 13 tage 13 spiele ja heute habe ich einen weiteren leckerbissen für euch und zwar geht es hier drum sie das ja und zwar spielen wir heute call of cthulhu oder cthulhu oder chikulu nein also soviel ich weiß heißt es cthulhu ich habe mir schon ein paar hörbücher in dieser reihe angehört und ja ich bin ein kleiner fan von den hp lovecraft werken und ich würde sagen ich will gar nicht lang drum herum reden wir gehen ins spiel und wir machen ein neues spiel und spielen als privatdetektiv arkham sanatorium 6 februar 1922 2022 now at my end i can fully see my last case open me a new fear a real fear a fear of myself what i am and of what i've always been all that i was is now lost hope purpose pleasure all meaningless i now walk in the Und es ist dort, dass ich endlich glimpsen auf, was in den dunklen Kornen der Erde ist. Ich mag die Art, wie du lachtest aus, Baby. Ich mag die Art, wie du lachtest aus, Baby, Sie wirst du nicht Tanen, Baby Polsce und nicht Tanen, Baby. Sechseinhalb Jahre zuvor. Messe Schutzes, 6. September 1915. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town, stealing, going through folks' trash, hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Eh, just me, Nichols and a few new recruits. Well, that's just great. Leave the way, Robert. I'd better check out this crazy gang of yours. Das nenne ich mal einen heftigen Start. Und, äh, ja. Wir sind Jack Walters und sind Detektiv. Wurden hier zu diesem Tatort gerufen. Ähm, da ist so ein besonderer Kult scheinbar, der nur mit uns sprechen will. Das wollen wir natürlich herausfinden, was die von uns wollen. Guten Tag. How are you doing, kid? Good, sir. Is it true, what they say about you? Depends on what they're saying. That you've cracked cases, where there was no evidence. You shouldn't believe everything you hear. Eh, right. Okay, mir scheint wohl eine lebende Legende zu sein hier. Jack, Officer Nichols will brief you at the top. Be careful. Okay. Ich würde mal den Schnurrwatter abrasieren, dann kannst du vielleicht ordentlich reden. Hmm? Something must be wrong. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. Even Jack, glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Okay, also wir sollen da rüber zu dem Anführer von diesem Kult, der will mit uns reden. Okay. Wow. Alter. Ich würde sagen, wir laufen jetzt schnell rüber. In Deckung. Alter. Okay. Hier können wir rein. Okay, dann gucken wir mal. Wo ist Victor? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das sind überall Ratten. Oh, was haben wir hier? Wow. Mhm. Mhm. Okay. Ja, das sind, glaube ich, alles Zeichnungen, die von HP Lovecraft sind. Sehr schick gemacht. So, da oben, warte mal was, oder? Ja. Okay. 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 könnte wichtige Hinweise enthalten, wenn das Buchsymbol grau dargestellt ist, gibt es keinen neunten Eintrag zu lesen. Weiter. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Also wir haben hier Papabat. Eine örtliche Störung. Ja, ja, da steht jetzt einfach nur, was wir so quasi schon eben im Geplänkel. Das hier ist, glaube ich, dann ein Text, den wir gerade eingesandt haben. Ja. Und hier haben wir noch nichts. Okay, jetzt ist es grau. Also gibt es nichts Neues. Dann können wir ja weiterziehen. Noch mehr Bilder. Okay, ich hoffe, euch gefällt das. Also es ist halt auf Englisch, aber der deutsche Untertitel, das hilft ja schon viel. Ah, hier können wir speichern. Okay, speichern wir. Okay, ihr habt jetzt nicht auf die Uhrzeit geguckt. Und aufs Datum. Ich bin top aktuell, Leute. Okay, dann geht es weiter. Hier. It won't budge. It won't budge. Okay, da hinten ist da irgendwas. Nee. Da sehen wir nur unsere Leute, wie sie am Ballern sind. Oh. Hm. Dem ging es nicht mehr so gut. Okay. Okay. Okay, jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Ein echter Detektiv, der erzählt dann immer was noch. So, wo ist es hier? Oh, da liegt noch einer. Okay. Da liegt noch einer. Oh, man. Irgendwie werden wir verrückt. Ihr merkt es vielleicht. Wow. Er sagt es aber noch relativ ruhig. Oh, scheiße. Ja, ich glaube aber im Moment. Wo sollen wir mal? Vielleicht werden wir dann ruhiger. Ähm. Wo ist es denn? Nein, da ist es nicht. Wir haben ihn jetzt zwei Monate lang beobachtet. Ich fühle, wie meine Vorfreude zunimmt, weil der Tag des Kontakts näher rückt. Victor hat seinen Plan, Mr. Waters zu uns zu bringen, noch nicht preisgegeben. Ich weiß nur, dass wir Erfolg haben müssen. 24. Fesseln der Zeit überwandt, um ihn für seine Träume aufzusuchen. Unter den bewussten Dingen auf dieser Erde und in den Tiefen der Meere sind wir nur Diener einer größeren Ordnung. Ich kann nur hoffen, dass mir mein Glaube in diese letzten Tage beisteht, wenn unsere Meister durch das Tor treten. 29. August 1915 Die Experimente da unten haben einen weiteren von unserem Orden verschlungen. Es wird ein weiterer Freiwilliger benötigt, doch wir haben alle viele davon. Doch wir haben viele davon. Es ist ein Segen, dass wir unsere Dienste anbieten können, wo doch sein Kommen so nahe ist. 3. September 1915 Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und Victors Plan ist im Gang. Er wird bald eintreffen. Mittlerweile wird ihm bestimmt klar, was er wirklich ist oder sich wenigstens über seine Begabung wundern. 6. September 1915 Er ist gekommen. Nun beginnt es schließlich. Welcher Tag ist heute? Da steht nur die Spielzeit. Wow. Geht es mir wieder gut oder was? Ja. Das macht mich nur verrückt, dass da Leichen sind. Das war überraschend. Das hätte ich auch gerne gewusst. Ja. Ja, dann schieße sie. So, warum schießt ihr noch? Hier sind alle tot. Du hast einen Gegenstand aufgehoben. Öffne das Interface, um dir den Gegenstand und seine Beschreibung anzusehen. Markiere den Gegenstand und klicke ihn an, um ihn mit einer Figur, einem Objekt oder allein zu verwenden. Okay. Oh, meine Maus. Ja, hier Schlüssel ein. Kupferstöße mit einem eingravierten S-Schaft. Was könnte S heißen? Ja, da hinten ein paar Türen, die zu waren. Es wird nicht öffnen. Es wird nicht öffnen. Gehen wir mal runter. Okay. Hier haben wir noch eine. Ah, okay. Was sind das für Bilder? Sind das nicht wir? Das macht uns ziemlich fertig, wie man merkt. Oh, Mann. Ah, die haben uns hier scheinbar beobachtet. Wow. Leave home, arrive. Alter. Die haben uns genau beobachtet und seinen kompletten Tagesablauf. Hier liegt noch was. Okay, da war noch ein Zeitungsding dabei, oder? Ein Silbisches mit einem eingravierten L am Schaft. Ist das unser Herzschlag? Wow. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Ähm. Ja, wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann könnt ihr ja gerne Pause machen. Okay, wir können hier rein. Dann könnt ihr Standbild machen und könnt euch das gerne durchlesen. Und das war einfach sauviel. Ja. Wer stimmt denn da? Okay. Da unten ist doch was. The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. Okay. Da kommt mal mal. Okay. 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 Wie gesagt, ich gehe da immer nur die Seiten kurz durch. Und dann könnt ihr... Was ist das? Okay. Wir sehen uns im Spiegel. Da ist doch was. Oh, oh. Oh, oh. Oh, man. Oh. Fuck. Scheiße. Oh, man. Was ist das denn? Oh, scheiße. Ah. Schmerzhaft. Oh. Hier kracht ja alles zusammen. Fuck. Was ist denn hier los? Fuck. Alter. Oh, ja. Oh, da graben schon. Ekelhaft. Verdammt. Was haben die hier gemacht? Alter. Guten Tag. Gut Gott. Was ist denn hier alles? Warte mal. Gehirn. Darm. Äh, Nieren. Was haben wir hier? Herz. Lunge. Leber, oder? Scheiße. Oh. Oh. Da töt sich nichts mehr. Äh. So würde ich das jetzt nicht gerade sagen. Fuck. Hier kommen wir raus, oder? Oder noch weiter runter. Hier ist noch mal so ein grüner Stein. Oh. Das sieht mir irgendwie nicht so aus, als wäre es von dieser Welt. Oh. Okay, ich glaube, da muss wahrscheinlich so ein grüner Stein rein. Was der hell ist das? Können wir vielleicht da oben den grünen Stein holen? Ah. Es ist zu heiß, um zu holen. Okay. Okay. Ich frage mich auch, was das sein soll. Mach dir da mal keine Sorgen. Quecksilber. Okay. Okay. Full of Freddy Mercury. So, was haben wir denn dabei? Schmerzmittel. Nee. Ja, das haben wir schon. Ja. Hat er hier was dazu geschrieben? Nö. Oh, Mann. Uns geht's, glaube ich, auch nicht gerade so gut. Ja. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal hochgucken, ob es da irgendwas gibt, was wir nehmen können. Es tut mir echt leid, Kumpel. Aber, ich meine, wer will denn so leben? Oh, okay. Den kann ich mitnehmen. Okay, und ich würde behaupten, er kommt jetzt hier rein. Es ist eine ähnliche Form zu dem Schloss am Abstand. Ja. Dann würde ich sagen. Ne? Und dann können wir doch hier wahrscheinlich das Knöpfchen drücken. Whoa. What the fuck? Das Tagebuch des Jack Waters, 6. Februar 1922 There was screaming According to the police report, they had searched the house for hours Only to find me later, collapsed on the floor When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear There was something unnatural in my voice and blank gaze They committed me to the asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care I have learned little of my activities and the 6 years that followed The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study I maintain a fanatical infatuation with the occult Delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends Often in languages unfamiliar to my own When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston No trace was left of what had been a secondary personality I was myself again, or at least what I believed myself to be Return to normal life has been a painful process In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes And I've become fearful of my own reflection I'm beginning to remember things from that day More than 6 years past that I've told Jack Walters Hello, Mr. Walters My name's Arthur Anderson I need your help finding a missing person I don't take that kind of job Did you get my package? Uh, hold on What exactly do you want from me, Mr. Anderson? Uh, it's one of my store managers, you see? Brian's his name Brian Burnham Nice lad He disappeared recently from the first national grocery store in Innsmouth Innsmouth? Eh, never heard of it It's a small fishing town on the coast Not far from Arkham I'd like to see you in person before you leave Hold on there a minute I didn't agree to take this What the hell I'll be here all day anyway Bye Unnsmouth Das kommt mir aber bekannt vor Das ist nämlich auch ein sehr bekannter Ort in den Büchern von, oder in Erzählungen von HB Lovecraft ja wie lang das ganze ist es ist ewig lang deswegen geht es nur einmal kurz durch ok ins muss 7 februar 1922 franzish driver how far did you stop almost there i'll drop you to town square wied lock the gates keeps out water looking for work for what those folks like that interfering with our affairs is the bus from arkham always this empty die we prefer that that way not many countries but what about trade surely Die Porte braucht ein Business. Das wird es für mich für die Mien zu suchen. Das ist es, Trager. Ender die Linie. und damit herzlich willkommen ins muss ja wir sind jetzt hier im städtischen angekommen hier mit unserem netten höfischen fahrer der eine komische aussprache hat ok der ist nicht sehr auskunftsfreudig was sagst du ok der sieht schon so aus als würde er nicht mit uns reden da ist noch jemand alle ein bisschen unfreundlich hier was ist das in unserem hotel ja ja klappe zu wer flüstert der flüstert der lügt ich meine auch mal sowas an die wand dann kann ich zu hause auch immer speichern ok auch sehr komisch dass man hier erstmal durchgehen muss dass man zur rezeption kommt hallo ok Irgendwie sind die Leute hier sehr, sehr komisch. Also die sehen auch nicht nur so komisch aus, weil sie weil die Grafik so alt ist, die sehen halt echt komisch aus. Okay, dann gucken wir mal. Hier ist ein Store. Das wird der Laden sein. Polizei. Ja, der sagt mir auch nichts. Okay, hier geht's auch nicht rein. Hallo. The First National, okay. Die ist komplett dicht. Kommen wir da irgendwie rein? Scheinbar nicht. Okay, irgendwie sind wir hier ein bisschen abseits, glaube ich. Glaube... Okay, passen wir mal nochmal zurück. Was gibt's denn hier? Ha, nichts. Will, Cherry, Tony. Okay. Da ist noch jemand. Guten Tag. 환,猶ter. Guten Tag. Ich bin nмерz. Ich bin detektiv. Jack Walters. Ich bin h swallow von der Regionallin Manager des First National. Und ich bin Constable Burke. Und ich bin der Regier für diese Partie. Und ich bin still nicht zu Ihnen. Ist noch mal. Die sind aber echt alle sehr komisch Okay, hier kommen wir überall nicht rein Das hier ist auch kaputt Hm, wo können wir rein? Können wir hier runter? Ganz komische Menschen hier Ah, der ist weg Geht doch hier rein Ah Okay, dann gehen wir runter Oh, er kommt Aber nicht ganz, oder? Da ist niemand Seht ihr mich, wenn ich hier bin? Und ich bin weg So, da kommt bestimmt noch mal, oder? Oh, ich beeil mich Okay Objekt, die man bewegen kann, haben Schleifspuren auf dem Boden hinterlassen Sie können ein Objekt nicht bewegen, wenn die Tür, an der es vorbeigeschoben wird, offen ist Um das Objekt zu bewegen, gehen Sie einfach in Richtung der Schleifspuren auf das Objekt zu Verstehe Hier Also, ich mach die Tür zu Und dann muss ich so, oder? Ja Oh Mann Huh Das heißt wahrscheinlich, dass er jetzt nicht mehr reinkommt hier Gucken wir noch ein bisschen weiter Ne, war's schon So, was liegt Okay, okay Aber hier können wir rein Da liegt irgendwas Achte auf Medikits, mit denen du Verletzungen behandeln kannst Behandlungen führst du über das Interface oder die Schnellheilungstaste durch Okay Ja Dann gib mir das auch Dankeschön Okay Okay Da kommen wir nicht raus Machen wir denen noch die Kasse, ne? Ah, die ist leer Okay Oh Ich hoffe, dass, was hier eingebrochen ist, ist nicht noch hier Hier wurde scheinbar einiges durchsucht Eine Klinke Ich guck mal kurz, was die Was die hier sagen Ein Griff, um Falltüren anzuheben Und eine Flasche schwarz gebrannter Rum Okay Okay, der Rum ist mir natürlich wichtiger Wo? Scheiße Wo könnte diese Falltür sein? Da Was denn? Was denn? Jetzt Ja Lass mich rein Lass mich rein Wo? Hier Ach was Fug Wie geht's uns denn? Wir sind scheinbar nicht so gut Kann das jetzt Zack Wow Wow, wow, wow Der Scheiß haut ja richtig rein Oh Fuck Ein Buch Okay, da kommen wir nicht hoch Und da auch nicht Ich will hier erstmal weiter kommen Also aus hier können wir schon mal schieben Ich habe gerade gedacht Oh, da sind doch Gucklöcher Ach, gucken wir mal kurz ins Tagebuch Ist ja gut Ist gut Okay Das ist scheinbar von unserem Tagebuch Wie kommt das denn hier hin? Ähm Ja, könnt ihr euch durchlesen Puh Guten Tag Alter Alter Habt ihr mal hier runter geguckt? Hier liegt ein Leichen rum Sind wir hier? Scheiß, hier wurde scheinbar auch eingebrochen Da ist es auch schon mal mehr Okay, was sollen die Fuss? Also scheinbar sind wir hier in der Zeitung Die scheint schon ein bisschen länger verlassen zu sein Achten Sie auf herumliegende Munition Munition wird immer in den nächsten Kapitel mitgenommen Doch die Menge für jede Waffe, die Sie tragen können, ist begrenzt Das Interface zeigt die Gesamtzahl der Munition, die Sie mit sich tragen Inklusive der in der Waffe Okay Danke Hier steht noch die Druckerpresse Nothing of interest Mhm Also hier mal Spinnenweben General Notices They're all dated 1846 Okay General Notices They're all dated 1846 Einige Türen, auf die Sie treffen, sind von einer Seite verriegelt Benutzen Sie den Riegel, um die Tür zu öffnen oder zu verschließen Türen können von Nutzern sein, wenn man gegen einen entkommen will Okay Wo sind wir denn jetzt? Aha, interessant Sehr interessant Jack Do I know you? Do I know you? Lucas Mackey Sorry to startle you Innsmouth doesn't get a lot of visitors New name spread fast What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad I'm a private detective My client's a friend of the Burnham's Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy Hmm What about you, Mackey? You're obviously not a local What's your business in town? True enough, Jack Nothing too exciting, I'm sorry to say I'm a government factory inspector They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh Okay Okay Maybe I'll catch you later Okay That's the first friendly face I've seen in this damn town But I've been in this business long enough to know he's hiding something Na, irgendwie kam der mir auch nicht ganz koscher vor Okay, wir können hier nochmal speichern, das machen wir doch Okay Lass ich mal gucken Ach, hier läuft der Bratolio, oder? Oh, meine Maus, die spinnt hier echt bei dem Spiel Hatte ich ja nicht schon mal Okay, ich will nochmal hier drinnen gucken gehen Hier ist mir noch eine Tür Die nicht auf geht Und hier die Tür Wow Alter Schwede Was hängt... Wieso hängt die denn da? Ah, von der Stenschen hier Die hätten wir doch schon von unten sehen können, oder? Keine Ahnung Schon ein paar Monate Okay Okay Hm Aber wenn die von acht sind, das kann ja nicht sein Hm Hm Von hier kommen wir Okay, ich geh nochmal hier raus Weißt du was, da spare ich euch grad nochmal Okay Okay Ja, dann würde ich sagen Das ist mir wahrscheinlich hier lang Jetzt weiß ich halt echt nicht, ob wir da sind, wo wir herkommen Das müsste so sein Wir könnten... Ah ja, okay Können wir jetzt nochmal zurück gehen? Oder kommt der uns entgegen? Okay Okay Irgendwas läuft hier schief Irgendwas war da oben Okay Okay Oh Mann Der hat immer noch zu, der Store Okay Hm Oh Oh Hier geht's rein Das sieht mir aber sehr unheimlich aus Was ist denn da unten los? Ah Gellows Das ist ja Das sind die Nobe und das Ich würde sagen, mit diesem Song war es das für heute. Ich, ja, ihr merkt, das ist so ein bisschen mysteriös. Ich mag ja diesen Horror. Da sind keine Jumpscares drin. Das ist halt so richtig schön alter, klassischer Horror. Gefällt mir eigentlich viel besser als diese ganze Jumpscare-Sachen. Und auch wenn ihr dann nicht wollt, dass ich das Spiel weiterspiele, ich denke, ich werde es dann off-screen weiterspielen, weil das macht mir richtig Spaß hier, diese Geschichte. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, wie es hier in Kingsmith weitergeht und die ganze Story, dann sagt mir das, schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt 13 Tage, 13 Spiele mit mir, dem Cini. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen und ciao.